Grüß Gott, herzlich willkommen bei der Schöler Fördertechnik AG in Rheinfelden. Mit diesem kurzen Film möchten wir Ihnen die Firmenphilosophie sowie die Firma Schöler vorstellen. Viel Spaß bei den nächsten zehn Minuten. Schöler und Lindestapler. Dieses Logo ist nicht nur Werbung, sondern auch Philosophie. Denn bei der Firma Schöler Fördertechnik AG wird Kontinuität, Kompetenz und Kundennähe wirklich groß geschrieben. Als Dieter Schöler vor mehr als 40 Jahren mit drei Mann eine Staplerfirma in Rheinfelden gründete, hätte er sich nie träumen lassen, Jahrzehnte später mit acht Niederlassungen, knapp 20 Verkäufern und über 150 Außendienstmonteuren in Baden-Württemberg Marktführer zu werden. Doch durch stets gute Arbeit, bei der Kundenzufriedenheit oberstes Ziel war und ist, konnte der Betrieb kontinuierlich ausgebaut und optimiert werden. Nur Qualität ist von Dauer. Das zeigt sich in den bereits fünf Generationen von Lindestaplern. Doch heute ist zum Beispiel in Rottweil ein Linde H25D mit Baujahr 1970 im Einsatz. Mit Lindestaplern lassen sich Tradition und technischer Fortschritt optimal verbinden. Dafür steht auch die Familie Schöler und der gesamte Vorstand. Heute werden über 15.000 Geräte von Schöler Fördertechnik AG betreut. Jährlich verkauft die Firma Schöler bis zu 1.000 neu und über 500 gebraucht Geräte. Was zur Folge hat, dass der Marktanteil bei Dieselstaplern mittlerweile über 50% beträgt. Unsere große Kompetenz in Sachen Gabelstapler wissen unsere Kunden natürlich zu schätzen. Die Firma Abreg ist seit 1989 Kunde bei der Firma Schöler. Wir haben im Sommer 1989 die ersten beiden Fahrzeuge, damals Linde E15 Dreiradstapler, gekauft und sind seither kontinuierlich in Kontakt und in Verbindung. Von der Firma Schöler haben wir eine Rundumbetreuung. Das heißt, wir haben einen sehr guten Ansprechpartner im Vertrieb. Wir haben einen sehr guten Mann im Kundendienst, der speziell auch die Firma Abreg betreut, weil er in der Nähe wohnt und sehr kurzfristig einsatzfähig ist. Das heißt, wenn wir doch mal ein Problem haben sollten, ist er innerhalb weniger Stunden da. Ersatzteile sind auch sehr kurzfristig verfügbar. Und gesamt haben wir eigentlich in unserem doch umfangreichen Fahrzeugpark, es sind mittlerweile 51 Fahrzeuge von Linde, die hier bei uns laufen, haben wir ausgesprochen niedrige Wartungskosten. Die Spedition Dischinger aus Neuenburg bzw. Kirchhofen hat über 30 Gabelstapler im Einsatz und ist seit über 25 Jahren Kunde bei der Firma Schöler. In einer Spedition ist es von großer Wichtigkeit, dass die Gabelstapler schnell, wendig und zuverlässig arbeiten. Denn hier ist Zeit Geld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die badische Staatsbrauerei Rothaus steht für Qualität und Tradition. Kein Wunder, dass dieser Erfolgsbetrieb mit seinen über 40 Staplern auf das Know-how und die Erfahrung der Schüler Fördertechnik AG setzt. Und das seit über 20 Jahren. Seit über 40 Jahren nutzt die Firma Birkenmeier in Breisach Linde-Stapler für Einsätze mit schweren Lasten, die sicher transportiert werden wollen. Bereits 1961 brachte Firmengründer Dieter Schöler den ersten Linde-Stapler in den Betrieb. Auch für spezifische Einsätze bietet die Schöler Fördertechnik AG die passende Lösung. Hier zu sehen der Einsatz einer Ballenklammer bei der Firma Remondes in Maulburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit den acht Niederlassungen und den im Gebiet dezentral verteilten 150 Servicetechnikern lebt die Firma Schöler täglich Kundennähe. Ob Kundendienst benötigt wird, Original-Linde-Ersatzteile geliefert oder Anbaugeräte bzw. Sonderlösungen konstruiert werden sollen. Hier wird alles möglich gemacht. Auch bei Finanzierungsfragen und für die Komplettberatung bei logistischen Anforderungen sind die 250 Mitarbeiter der Schöler Fördertechnik AG die richtigen Ansprechpartner. Ob neu, gebraucht oder Mietgeräte, für jeden Einsatz hat die Firma Schöler als Fullliner das passende Gerät und für ihre Kunden die ideale Lösung. Natürlich werden die Mitarbeiter ständig auf den neuesten Stand der Technik gebracht, um unter anderem in den Bereichen Lagertechnik, Diesel, Treibgas und Elektrostapler up-to-date zu sein. Das eigens dafür entwickelte Schulungszentrum zahlt sich aus, da Weiterbildung als Know-how direkt an die Kunden weitergegeben werden kann. Natürlich bietet die Firma Schöler in allen Niederlassungen regelmäßig Fahrerschulungen an. Bei Bedarf auch beim Kunden direkt vor Ort. Hier wird nicht nur auf praxisnahe Fahrtechnik, sondern auch auf Theorie in Fragen Sicherheit und Vermeidung von Schäden wertgelegt. Aber Kundennähe bedeutet auch, gemeinsam Events zu erleben. Wie zum Beispiel den Stapler Cup, der seit Jahren viele Staplerfahrer anzieht und für reichlich Stimmung sorgt. Mittlerweile können die Fahrer sich für die Deutsche Meisterschaft der Staplerfahrer qualifizieren, welche in Aschaffenburg unter großem medialen Interesse durchgeführt wird. Denn fragt man Staplerfahrer, welches Gerät sie am liebsten bedienen, ist die häufigste Antwort den Lindestapler. Seit Jahren ist die Schöler Fördertechnik AG auch auf der großen Stuttgarter Messe Logimat vertreten. Gerne stellt sich die Schöler Fördertechnik AG nicht nur auf der Messe, sondern auch im Gespräch direkt vor Ort, den Anforderungen der Kunden. Das Team der Schöler Fördertechnik AG freut sich auf weitere 40 Jahre Staplergeschäft und bedankt sich für ihre Aufmerksamkeit. Effizienz ist das Ergebnis kompetenter Planung.